GameTesticle. Gaming is our passion. Bis zum Ende spielen dürfen in so einem Spiel. Würde uns sehr freuen. Ich hoffe, ihr bleibt dran und dann sehen wir uns hier im nächsten Part. Im nächsten Part? Quatsch. Dann sehen wir uns gleich auf dem Feld wieder. So, dann haben wir den Gegner gefunden. Musst du einmal das Spiel neu starten. Jetzt habe ich wieder vergessen, die Trikots zu machen. Das kann nicht wahr sein. Junge, Junge. Ich glaube, vorne waren die Seahawks und die Panthers, wenn ich das so ein bisschen in Erinnerung habe. Und wir schauen jetzt mal, wie wir hier ankommen gegen den Gegner. Der Gegner im Seahawks-Trikot. So, Junge, Junge. Oh, kommt ganz gut vor. Bist du 37 Yard Linie. Ja, wieder so einen kleinen Mini-Leck drin. Seht ihr? Wir schauen mal. Leider heute wieder ohne Webcam, Facecam. Die Lichtfelder sind gerade wirklich beschissen. Um das mal so auf den Punkt zu bringen. Oh Gott. Also den hätte er an den Mann bringen müssen, Andrew Luck. Aber ihr habt schon gesagt, ihr wollt lieber einen Quarterback. Entweder einen, der wirklich was taugt. Und der kann man, den hält er. 15 Yards Raum gewinnen an der Stelle. Jetzt haben wir nochmal denselben Spielzug. Ne, doch nicht. Jetzt gehen wir über Marshawn Lynch. Sehr schön, neuer First Down, Marshawn Lynch. Gut gemacht. Baldwin, Gronkowski, Färten. Oh, der kam nicht ran. Gute Aktion eigentlich. Für Lenker Dick, 2010, 38 Yards bis zur Endzone. Weiter geht's. Baldwin hier. Und der kam an. Der kam an, richtig stark. Als Tipp natürlich wurde genannt, wir sollen in der Pocket bleiben. Ich gehe ganz gerne raus, leider. Muss ich mir noch ein bisschen abgewöhnen. Rudolf, was für ein Catch. 12 Yards. Jetzt läuft's hier aber. Und das ist der Touchdown, Rudolf. Wunderbar, selber Spielzug nochmal gemacht. Und das ist jetzt optimal. 7 zu 0 bereits die Führung für uns. Die Verzögerung im Spiel ist leider merklich. Und wir können immer nur hoffen, dass der Gegner nicht abbricht. Ihr seht, das mit der Verzögerung ist krass. So, zu Boden gebracht bei 20. Wir warten jetzt wie immer noch auf, was der Coach sagt. Und schauen mal so ein bisschen. Schauen so ein bisschen, was uns hier erwartet. Ja, der war leider zu früh gestartet. Gab die Flag. Damit wahrscheinlich 5 Jahr als Raumgewinn hier. Für unseren Gegner. Und wir müssen mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Oh, der Sack. Woodley. 2. und 14. Starke Aktion. Weiter geht's. Wer ist hier Quarterback unserem Gegner? Kein First Down. Er ist Dritter und 2. Er hat Russell Wilson da als Quarterback, wenn ich das richtig sehe. Nee, Tom Brady. Mann. Tom Brady ist Quarterback. Oh, der ist durch. Der ist durch. Aber Woodley ist noch da. Gott sei Dank. Mit einem Run macht er hier 42 Yards. Jetzt hört er den Kollegen hier auch noch reden. Und er erzählt uns hier, dass er gerne laufen möchte oder so. Touchdown. Mit einem passt er wieder durch. Das ärgert einen wirklich maßlos. Wenn so seine ganze Verteidigung ausgehebelt wird. 7 zu 7 jetzt. Offenes Spiel. Das ist ein kleines Kind, so ein bisschen so 10, 12 Jahre alt, würde ich den schätzen. Oh, wow, wow. Und zieht uns hier trotzdem schon ab. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Wir müssen natürlich auch immer beachten, dass das nicht so unsere Haussportart ist. Taktisch gesehen sind die Amerikaner da natürlich ein bisschen im Vorteil, weil die mehr Hintergrundwesendauer haben, als wir das haben. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir hier was schaffen können. Rudolf hat den Ball wieder sicher. Und er lacht sich da den Arsch ab oder so. Marshall Lynch ab durch die Mitte, zwei Rushs, 15 Yards. Ob ich einen von den Broncos habe? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Und? Ist das ein Problem, mein Freund? Wahrscheinlich, weil wir... Oh, schade. Aber nicht, dass er sich noch zu... Nicht, dass er sich noch zu heftig feiert. So, wir sehen hier mal weiter. Baldwin. Hoffentlich gleich in der Position. Nein! Jetzt sehen wir zu hier. Das war Pumpen. Das ist das einzige, was wir jetzt machen können. Guckt euch diese Verzögerung an. Das ist übertrieben. Nein! So, das war's. Direkt bei 20 gestoppt. Damit er ja auch gar nicht... ...irgendwelche Ambitionen hat. ...irgendwelche Ambitionen hat. Deswegen kriegst du nicht runter... ...aber der läuft jetzt aus. Mit seinem Lynch. was der für geräusche von sich gibt der junge das ganze ein bisschen verzögerung ist zwischen dem was ich höre wegen der legato so was reicht nicht 3.3 ich denke mal wird es jetzt wieder über marshawn lynch probieren und weg war spielt er den aus ich glaube nicht dass er so verrückt ist aber er ist relativ jung das kann darauf schließen dass es vielleicht doch so ist naja er geht aufs ganze und er hat doch das glück er hat das glück das auszuspielen tom brady drei von vier kamen an schade dass es geschafft hat so mal weiter sehen warum sagt ihr so ein spiel zu gefahren und was für ein sec wo ho 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 2 herr und 24 da hat er sich qualifiziert für das war ein bisschen lautgeschrieben doch jetzt mal ein bisschen weiter weg jürgen jürgen zweiter und 24 das gibt es doch nicht das ist doch wirklich lächerlich das ist doch wirklich so lächerlich mein typ stand da schon eine halbe stunde er oder fährst du dumm hinzufangen ich habe den spieler gewechselt habe auch eigentlich gedrückt soll nicht gleich gestoppt weiter zu sehen dass wir ihn hier wieder stoppen können das war gerade schon wieder so ein pass so ein lack da sind solche glücks dinge am ende des tages so kein first down drei dritter und fünf ich glaube wenn er weiß dass er auf youtube ist dann ja traurig traurig junge junge seine pässe kommen dann auch immer an wenn er es braucht das ist wirklich das sagenhaft den kannst du nicht stoppen den kannst du nicht stoppen soll es müssen wir zu sehen dass wir hier ein bisschen zeigen was wir können 14 zu 7 jetzt muss man zusehen hier ganz klar eine minute bleibt uns noch in der ersten hälfte so bei 26 die verzögerung nervt mich leicht leider wir haben sogar so ein mikro lecker zu stark zu stark ich weiß nicht ob ich gegen affen spielen sorry aber das ist das ist wirklich sehr lächerlich dritter und neun weiter geht's flag geworfen schade the connection to your peer has been lost was ist hier los das ist ja ein geiler modus junge 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 nur abbrüche das kriegen wahrscheinlich wieder kein geld sind wir komplett raus geflogen was ultimate team das ist schon krass also der modus wir kommen ja so nicht mal vorwärts wer mit drei parts gemacht indem wir nicht vorwärts kommen weil dreimal die verbindung unterbricht wir gehen jetzt mal rein und gucken wenigstens ob wir ein bisschen geld kriegen können die ea server sind jetzt nicht erreichbar ja sehr geil mann 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 so haben wir uns das mit der serie natürlich nicht vorgestellt keine chance ja da müssen wir jetzt hier den break machen hilft alles nix wir müssen uns da was überlegen keine ahnung so haben wir uns das nicht vorgestellt und so macht es ja auch keinen sinn wenn wir das immer weiter so führen immer wieder baum abgebrochen kein geld kein geld kein geld müssen wir mal gucken wir was machen also habt ihr vielleicht habt ihr vorschläge habt damit in die kommentare es ist wirklich schlimm hier mit den abbrüchen bei fifa ist es ja schon krass aber hier nee das geht nicht das geht nicht oh ja trotzdem hoffe ich dass es euch ein bisschen spaß gemacht hat hier dem kind ein bisschen zuzuhören naja sein geräuschen zu lauschen ähm dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten part wieder und ja ich möchte euch noch darauf hinweisen auf unserer facebook seite findet ihr dann die links zu einer umfrage zu unserer mannschaftskarriere nach dem wenn die saison mit den broncos vorbei ist wird es ja ja eventuell ein neues team geben ähm kann aber auch sein dass mit den broncos weiter geht das entscheidet ihr wir werden alle teams zur auswahl stellen es wird zwei umfragen geben afc gegen nfc und jede runde wird also das schlechteste team jeweils aus der division rausfliegen das heißt die haben am ende dann so Superbowl mäßig praktisch einen aus der afc ein team und eins aus der nfc und das entscheidet dann welches team wir in der mannschaftskarriere zeigen werden ich bin sehr sehr gespannt darauf was dabei rauskommt und ich würde mich freuen wenn ihr auf unserer facebook seite vorbeischaut das einmal liked und bei der umfrage teilnehmt jeweils für einmal nfc und amc abstimmen und ja wird ein paar runden geben ich werde euch immer darüber informieren in dem video das würde mich sehr freuen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer raphael von gametastical.de bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal